Hallo und herzlich willkommen in der mystischen Welt. Heute befassen wir uns mit den Schaubungen des Sehers Franz Kugelbär. Der Seher Franz Kugelbär war ein visionärer Bauer aus Lochau bei Begrens in Voralp. Nach Aussagen des Sehers ereigneten sich seine Schaubungen zum Ende der Welt ab 1922. Beginnen wir jetzt mit seinen Visionen. Über Nacht kommt die Revolution der Kommunisten verbunden mit den Nationalsozialisten. Der Sturm über Klöster und Geistliche. Die Menschen wollen es zuerst nicht glauben, so überraschend trifft es ein. Viele werden eingekerkert und hingerichtet. Alles flieht in die Berge. Der Pfänder, das ist ein Berg in Österreich, ist ganz voll von Menschen. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel kommt der Umsturz von Russland her. Zuerst nach Deutschland, darauf nach Frankreich, Italien und England. Allerorts ist Aufruhr und Zerstörung. Es ist an einem Ort eine lange, breite, von Soldaten umsäumte Straße. Darin jung und alt, Frauen, Kinder und Kreise. Am Straßenrand steht eine Köpfmaschine, die der Oberhenker durch einen Druckknopf in Betrieb setzt. Zu beiden Seiten von mir zwei Henkern unterstützt. All diese Menschen werden enthauptet. Es fließt so viel Blut, dass die Köpfmaschine zwei bis dreimal versetzt werden muss. Finsternis von drei Tagen und Nächten. Beginn mit einem furchtbaren Donnerschlag mit Erdbeben. Kein Feuer brennt. Man kann weder essen noch schlafen, sondern nur beten. Blitze dringen in die Häuser. Grässliche Flüche von Teufeln sind zu hören. Erdbeben. Donner. Meeresrauschen. Wer neugierig zum Fenster hinausschaut, wird vom Tode getroffen. Man verehre das kostbare Blut Jesu und rufe Maria an. Die Teufel holen die Gottlosen bei lebendigem Leibe. Vergebens flehen diese um Verlängerung ihres Lebens. Es herrscht die Pest. Große, schwarze Flecken am Arm sieht man. Schwefeldämpfe erfüllen alles, als wenn die ganze Hölle los wäre. Ein Kreuz erscheint am Himmel. Das ist das Ende der Finsternis. Die Erde ist ein Leichenfeld, wie eine Wüste. Die Menschen kommen ganz erschrocken aus den Häusern. Die Leichen werden auf Wägen gesammelt und in Massengräbern beerdigt. Es fahren weder Eisenbahn, noch Schiffe, noch Autos in der ersten Zeit. Die Fabriken liegen still. Das rasende Tempo früherer Zeit hat aufgehört. Dann gibt es noch eine weitere Schauung, aufgenommen durch einen Benediktinerpapst namens Ellerhorst, im Jahre 1923, als ein Bauer aus der B-Grenzer Gegend ihm seine Visionen geschildert hatte. Bei diesen Schauungen könnte es sich um den Seher Franz Kugelbeer handeln. Es gibt viele Übereinstimmungen, aber sicher ist dieses nicht. Kommen wir nun zu der niedergeschriebenen Vorhersage. Der erste Punkt ist hierbei ein Bild. Ein symbolisches Bild. Ein schönes Knäblein. Im weißen Kleide zieht sich vor gewaltigen Überschwemmungsfluten zurück. Christus flieht vor der Schlechtigkeit der Menschheit und überlässt sie sich selbst und dem Fürsten der Finsternis. Zweitens, es herrscht eine große Sittenverderbnis. Mädchen und Frauen werden öffentlich vergewaltigt und auch mit dem Tode bedroht. An manchen Orten ist eine solche Hungersnot, dass die Leute Baumrinde zu Mehl malen, um daraus Brot zu backen und dass sie Gras essen. Drittens, über Nacht kommt die Revolution der Kommunisten, verbunden mit den Nationalsozialisten, der Sturm über Klöster und Geistliche. Die Menschen wollen es zuerst nicht glauben, so überraschend tritt es ein. Viele werden eingekerkert und hingerichtet. Alles flieht in die Berge. Der Fender ist ganz voll von Menschen. Wie ein Blitz von heiterem Himmel kommt der Umsturz von Russland her. Zuerst in Deutschland, dann auch in Frankreich, Italien und England. Allerorts ist Aufruhr und Zerstörung. Der Seher sieht an einem Ort eine lange, breite Straße, von Soldaten umsäumt, darin jung und alt, Frauen, Kinder, Kreise. Am Straßenrand steht eine Köpfmaschine, die der Oberhenker durch einen Druckknopf in Tätigkeit setzt, zu beiden Seiten von je zwei Henkern unterstützt. Alle diese Menschen werden enthauptet. Es fließt so viel Blut, dass die Köpfmaschine zwei bis dreimal versetzt werden muss. Die Rheinlande werden zerstört, mehr durch Flugzeuge als durch Heere. Die Flugzeuge schwärmen wie die Schwalben und lassen Bomben gleich Regentropfen fallen. Ebenso wird Münster mitgenommen. Brand von Paris. Marseille wird von der Finsternis, von einer Meeresflut in einen tiefen Graben, der sich um sie gebildet hat, geschwemmt. Fünftens, Aufstand in Österreich. Keiner hat mehr Geld. Abfall der Beamten, Polizei, Gendarmerie. Kein Gericht. Gefängnis voll Bürger und Priester. Erschießungen im Hof zu begrenzt. Dann schaffen die Bauern aus dem Gebirge Ordnung. Jene Bürger, die den Nächsten lieben, werden wunderbar verschont. Wer ihn hart behandelte, wird bestraft. Sechstens, Mord und Totschlag in Rom. Drei bis vier Meter hohe Berge von Leichen, von Geistlichen und Bürgern. Der Papst Pius XII., als diesen erkennt der Seher ihn an seinen Gesichtszügen, flieht mit zwei Kirchenfürsten auf Nebenwegen zu einer alten Kutsche und in ihr über Genua in die Schweiz. Später kommt er nach Köln, wo er im Dom den neuen Kaiser salbt. In den Dom wird ein junger Herr in Zivil geführt. Er kleidet sich in der Sakristei, in einer Offiziersuniform ähnlich der ungarischen um. Im Chore stehen zwei Throne, dem neun Monarchen werden Haupt und Hände geseilt. Er erhält den Ritterschlag mit einem breiten Schwert, die alte Kaiserkrone, den Krönungsmantel, aus weiß mit goldenen Lilien, das Zepter und den Reichsapfel. Das Zepter wird ihm gegen ein Kreuz umgetauscht. Er schwört den Treueeid und den Schutz gegenüber der Kirche. Tedeum unter dem Jubeln des Volkes. Der große Monarch schwingt sein Schwert nach allen Himmelsrichtungen als Zeichen, dass er die Kirche beschützen will. Abdankung eines alten Herrn auf seine Rechte. Den großen Monarchen begleitet ein Heer von Engeln. Die Anführung des heiligen Michael, der vom Seher in prächtiger Waffenrüstung und höher Gestalt geschaut wird. Der Monarch besiegt alle seine Feinde. Auf dem Rückzug nach Italien kommt Papst und Kaiser nach El, wo der Seher ihnen die Hand drückt. 7. Finsternis von drei Tagen und Nächten Beginnen mit einem furchtbaren Donnerschlag mit Erdbeben. Kein Feuer brennt. Man kann weder essen noch schlafen, sondern nur beten. Nur geweihte Kerzen brennen. Blitze dringen in die Häuser. Grässliche Flüche von Teufeln sind zu hören. Erdbeben, Donner, Meeresrauschen. Wer neugierig zum Fenster hinausschaut, wird vom Tode getroffen. Man verehre das kostbare Blut Jesu und rufe Maria an. Die Teufel holen die Gottlosen bei lebendigem Leibe. Vergebens flehen diese um Verlängerung ihres Lebens. Es herrscht die Pest. Große, schwarze Flecken am Arm sieht man. Schwefeldämpfe erfüllen alles, als wenn die ganze Hölle los wäre. Achtens, ein Kreuz erscheint am Himmel. Das ist das Ende der Finsternis. Die Erde ist ein Leichenfeld, wie eine Wüste. Die Menschen kommen ganz erschrocken aus den Häusern. Die Leichen werden auf Wägen gesammelt und in Massengräbern beerdigt. Es fahren weder Eisenbahn, noch Schiffe, noch Autos in der ersten Zeit. Die Fabriken liegen still, denn es gibt keine Leute zur Bedienung der Maschinen. Das rasende Tempo früherer Zeit hat aufgehört. Neuntens, die übrig gebliebenen Menschen sind wie Heilige. Gott beruft neue Priester, wie Christus seine Apostel, die in schneller Weise auf ihr Amt vorbereitet werden. Nur Gottes Lob und Heiligen, die da sind zu hören. Die Erde ist ein Paradies. Die Liturgie wird einfach gefeiert, wie zu Zeiten der Apostel. Das Volk antwortet ähnlich wie in der Gemeinschaftsmesse. Gemeinschaftskommunion. Der Seher hört manche Teile von Priestern laut in Deutsch gebetet, auch die Konsekrationsworte. Abends findet ein Dankgottesdienst statt. Zehntens, die Engel werden den Menschen in Rat und Tat in ihrer Not beistehen. Es wird in acht Tagen mehr gebetet als früher in einem Jahr. Beim Hören der Glocke lässt man die Arbeit liegen und eilt in die Kirche. Elftens, die herrenlosen Güter werden neu verteilt. In einer Völkerwanderung werden die Menschen dorthin geschickt, wo sie nötig sind. Die Berggemeinden werden als Almen genutzt. Die Menschen ziehen in die Tale und Ebene hinab, wo die Arbeit leichter ist. So ihr Lieben, das war, was ich über den Seher Franz Josef Kugelbeer herausfinden konnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da. Drückt auf den Daumen und abonniert den Kanal.